ja ja wieder zurück zu machen Jo klar und so dass wir wieder in der neuen Folge als er in der neuen Folge von Let's Play Hardcore und ja wie er gerade in der letzten Part gesehen hat die Bettbox noch fertig macht auch und die angeschlossen so jetzt geht es eigentlich an den Messerator um zu hohen er machte meine Hose die kein Bock und als sie es kommt genau das ist sehr große machen sich auf Haus er hat gesagt er ist für das Baum zu stellen es genau Kroki ohne Hose muss mein Hose hinbekommen sowas von unlustig wie deine Mutter Fick dich okay weiter kommen doch schon ich muss Eisen nehmen ich brauche Feuerstein das ist eine Wurst aber dann kommt wirklich kann es sein wenn man das abgebaut hat und wieder setzt dass kein Feuerstein mehr rauskommt doch aber das kann manchmal relativ elend sein und das war ich immer ich nehme also wenn er es kommt wenn ihr seht ein bisschen verarschen zu ziehen das war auch wir machen es aus die Törtel machen wir aus grönen Christ so viel nur und sei nicht egal also Robby ist auch viel ist ja nicht genau möglich ja nicht mag die Farbe er ist ja und die Habe kommt zur Verhandlung geklappt so wie er sich immer an machen die mann Tattel Prozent weil er macht meinen Tiertel so an mich hier ja Prozent der Gäste mehr die geben ich will sehen was anmacht erhält mich hier an macht ihm zum erholen wollen soll sie kommen ich weiß nicht er wolle ist mit meinen so kann ich schon was reden wir machen stünden ich würde sagen wir gehen dann noch excavate noch mal okay ich brauche aber er ich mache ein label muss man noch setzen wenn du das weißt wenn du weißt dass das ist nein weiß ich nicht also dann gibt's sie mehr er kommt mir haben wir noch leisten ja er muss auch viel lassen auch sehr gut Marc kommt nicht diex kannst du dir was den Wien schieben also wirst du ja also wollen wir warte warte bleibt stehen hier das konstrum und dann können sie zu hören wollen die direkt hier sitzen und ein bisschen doch hier eigentlich am besten oder sie einfach runter geht zu tun ja lebe ist seit der Sorte was denn gemacht warte mal was das bitte ich machte Felder der ist jetzt exkült wei Tor ja ich war es von der Neufel gelten Alter, lass das Trolololo X K Ey, Alter, ich bin zu dumm X Alter Scheiße eingeben Ja, mach das Wait 40 40 ist so Excavate mit A Soll ich, oh man, ich schreibe es dir Donuts-Einrichterung Wie viel? Willst du? Fehlt sich Mach Na, warte, warte Mach schon Ja, aber du hättest es auch anders machen können Na, freche Möche Machst du schon alles Äh, hätten wir nicht in mir eine Kiste hinstellen sollen Das wäre besser Die kann es ja immer noch aufstellen, also Mach, ne, was schlacht Mach dort eine Kiste hin Wo? Hallo, du, wenn man in Finstern diese Schneepelle durchs Licht will Wenn man in Finstern diese Schneepelle durchs Licht wirft, wird man hebt die Epileptik Sollte Also jetzt geht es bei mir auch weiter, äh, wie, ich will den Meserator machen Eine Electronic Circle, äh, ich zeige es dir mal ganz klein wenig nur mal so grob Wir alle Ärzte und so kommen in diese Kiste hat die Mütung der Anrufe kommt man dort das war alles was man abgebaut so ich jetzt mal drauf und oben wird ich jetzt mal ein paar Bäume fällen denn das soll ja dann richtiges Haus hinkommen also ich brauche noch ein bisschen Kopp ich habe auch hier in dieses zweite Kiste aber ich habe noch um 25 und der auch mein pvp ist fertig gewendet Prozent das heißt wartet und diese Krupp nix mit das auch ein bisschen flüssiger bei mir es ja immer also hier bei uns die ganzen Erlebnisse zentrum nicht ich habe mir das und kunden funktioniert nicht warum keine Ahnung er kommt die Reine es wird nämlich noch sie sind ein paar ich bin das gar nicht mehr ernstes zu besuchst die Schmerz eine war als du dort ein bisschen aber rausgenommen und aus dem Hof ihrer Bau und dann er ist das schon als er ist es genommen erneut ist er aber nur noch zu einem wäre so einsticke wie sieben war gebrauchen Kronen das ist so ein Krono hatte ich muss schnell weg bin gelbte da und ich brauche eine letzte wenigstens jetzt stirbt da wetten es wäre geiler ich gebe ihn her nein er macht es nicht das in sterben das hielt alles als nicht so so ich geht es irgendwo kohle suchen macht das dresdessen deutschland ist aber schweiz what the fuck was war das ja in die luft geflogen ich habe gar nicht gehört ein creeper ist in luft geflogen mark rucki da steht er ist so ein genius er geht auf kaum bleibt stehen hat költe was ist der bitte in der nacht neben ihm ist ein creeper ist es bei ihm gewesen ja lol wie dumm kann man nur sein aber du bist ein kürz es gehe ich in die schützen ich mache ihnen zu auskont um er hat noch an also hat gar keinen Schaden hier im Schaden bekommen die Bau ausgeschaltet natürlich in einem Hardcore alles zerstört ist die Welt zerstört sich aber ich habe keinen Schaden bekommen mitzunehmen Fakten ein Riefer und ein ich meine er ist zu sehen sie geht ab kann auch ein Film bleibt immer stehen die Runde Stammert das ist das sind die kleinen Bugs wie ihr seht ihr beim Kraften geht das weg Prozent Jürgen Kurs zu machen alles in die Kiste getan das war an der übrigens gut geht neben diesen zwei Kripp explodiert bis zu intelligent warum kannst du nicht leften oder so ich hab dich jetzt ein bisschen zu intelligent warum finden sie mich dort was da möchte ich genau hier krepp und die krepp müssen intelligent sein ja ich bräuchte gar keine wo dabei ja das hat niemand gesehen was brauchst du gut ich hab mal mit weil ich brauche gerade das Wurde ja ich hab dich abgibt ich hab dich ich hab dich gerettet jetzt habe ich einen Messerator am besten aber wir haben noch nicht einmal akkord natürlich es ist so heiß gerade ich glaube ich hatte ventilator an dem mpc ich werde das hört man ja ich bin gerade gucken ob man das hört wartet mal aber warum kannst du nicht nach dieser Aufnahme machen so hören wir das ja okay warte ich bin ganz so mag warum kannst du nicht nachgaben ja ich hab schon auf alle ja so unprofessionell unser niveau alles aus dem mann und hat ich bleibe raus und bekommst es mit ansonsten was gegen mein niveau als jetzt erstellt um wo es ist muss ich so Prozent und der Messerator funktioniert und doch dann muss der Anweserung zu haben aufladen wir haben auch nichts Prozent gehen du kannst ja alles wir haben ja schon und wird es um wir haben ja den älgenerator wir haben ja schon das wird es mit msi vertauscht ja wie wir können ja schon strom gewollt sind so ich mach mal terraforming weißt du noch ich weiß nicht war das mit dir wo wir das battle aufgenommen haben ja er ist so gewonnen nicht du was er wir werden so haben sie auch kennengelernt weil mit radio der ist jetzt da hat es bekommen hat er wie es mit der der ist ja als supporter da Prozent moderatoren manchen mit dem was mit sie erst auf das Bett muss man sich entschieden also ist schon wie ein Kieber nicht gefühlt bei mir Lena Ockliebungen wir oft die ganzen jahres Kripp aus dem Kraut von Luft zu fliegen um uns um kann man kann man einen Generator mit der Spitze kommen ja kann man nämlich noch mit der oder uns nicht die nach dem Lars haben wir noch klar ist ja aber auch so sieht aber ich habe alles mit die 34 Stück mit Schöße das wird bis zu weit weg um dann muss sie nicht mit ganz mit der Kursie mit dem Siebten kurz ein bisschen gehen ich komme daher also das ist richtig gut wo das im Hartkurs noch alle nicht gestorben ja für mich nur als ich sehe das Wasser als normales wird zu klären so zu sagen der Stift zur Sturzluss gut er schon klar dass er wenn ich sterbe dann raus sind zu lesen ich sterbe wird der Kruppkampen und mein Gott kann ich aufnimmt doch gar nicht er kommt zu mir so dann wo ich endlich selbst hier schon ein bisschen gemacht zu sagen zu holen er ist so gut und wir haben ein Geo Geo Thermal und die Hälfte als was es ist die um das ist ein wir kennen uns von bisher aus aber nicht so gut das ist ein Prozent wie eine Elisabeth im Westen also was kann eine eine ja du kannst Lava Buckets und so und dort rein tun und das gibt dann Energie Aura Stau und Generator naja wie die uns haben ein Geo Thermal Geo aber ich weiß warum sogar Geo Thermal heißt weil Geo ist ja die Erde das heißt das ganze Lava kommt von der Erde und Thermal die Hitze ja ja aber jetzt wird mich in den die Stabselle in die Kommentare geht das Kruppkirchen wird so ist der Checker Kruppkirchen der Mutterscheidung du kennst ihn nicht mal Prozent ich weiß sogar ein Name wie will ich jetzt in der Späne ich erwähnen nicht und das ist Franz Prozent 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 diese Hälfte zu ihren Freien ziehen kommt ins Bett neun ich will noch ein bisschen zockten ich will noch ein bisschen tanzen Noo Neuer auch auch alterniert das nicht gegen die wir hier so hintergrund haben ab es war st zu ja sechs teile und alt ist ein längst wird sechs feine so damit kann ich unsere er hat doch ob ich hier ob du so sechs pfeile nimmst um mich erlaubt ein Grund und dann ist gut war er sich hat gesagt das ist mir doch einfach Schnitte ob du es mir erlaubst oder nicht wenn du mal nicht geladen ist nicht und auch die Leute das ganze Holz die ganze Zeit und du musst nicht schüttieren Grupp wieder kommen und ich die in meinen Sachen Prozent so und wir können wieder ein bisschen Energiezeugen zu ihm schützeigen ist und bleibt ich habe 14 Prozent wieder arbeitet jungen sie ist so ich habe jetzt gerade ein bisschen Lava Cells gemacht wir arbeiten wie mit dem Kurs der Kinderdruck und sie sind aber noch ein bisschen kohle oder so der hier er hatte sie von rechts auch nicht 10 ich werde nach und sie ist eine glasterrasse nur fläche kann ich Prozent kannst du sagen bis sie den mit Abbauern gehen um die erstes und es ist selber so drücken mit einem ich habe das selbst zu tun machen ich bin gut selbst statt beschäftigt ich brauchte einen Haftglas ja aber das Glas brauchen wir auch Lohr haben wir noch nicht abend die Saison nicht nur mehr ist das wer ist dort er redet sich die ganze im Hintergrund okay die Folge ist da wie das mal zu Ende oh my god schönen tag und tschüss